Altersflecken, die durch Sonneneinstrahlung und den natürlichen Alterungsprozess entstehen, können das Hautbild ungleichmäßig und fleckig erscheinen lassen. Viele Menschen suchen nach Lösungen, um diese hartnäckigen Flecken zu reduzieren oder sogar zu beseitigen. Was wäre, wenn es ein natürliches Öl gäbe, das dabei helfen könnte, Altersflecken über Nacht zu entfernen? Tatsächlich gibt es ein Öl, das als echter Geheimtipp gegen Pigmentflecken gilt und mit seinen besonderen Eigenschaften überzeugt. Erfahre in diesem Video, um welches Öl es sich handelt und wie es wirkt. Nummer 1 – Das Wunderöl Das geheime Öl, das Altersflecken über Nacht verblassen lassen kann, ist Rizinusöl. Dieses pflanzliche Öl wird aus den Samen des Wunderbaums gewonnen und ist seit Jahrhunderten für seine heilenden und hautpflegenden Eigenschaften bekannt. Wie Rizinusöl Altersflecken reduziert Rizinusöl ist reich an Rizinolsäure, einer einzigartigen Fettsäure, die entzündungshemmend wirkt und tief in die Haut eindringen kann. Es fördert die Zellerneuerung und unterstützt die Haut dabei, sich von Sonnenschäden zu erholen, die Altersflecken verursachen. Außerdem wirkt es feuchtigkeitsspendend und nährend, was der Haut hilft, sich schneller zu regenerieren und dunkle Flecken zu verblassen. Nummer 2 – Wie man Rizinusöl richtig anwendet Damit Rizinusöl seine volle Wirkung entfalten kann, ist die richtige Anwendung entscheidend. Hier ist eine einfache Methode, wie du das Öl auftragen kannst, um Altersflecken zu reduzieren und die Haut über Nacht strahlender und ebenmäßiger aussehen zu lassen. Reinige die Haut gründlich, um Schmutz und Make-up zu entfernen. Sie sollte sauber und trocken sein, damit das Öl gut einziehen kann. Erwärme eine kleine Menge Rizinusöl leicht zwischen den Handflächen, damit es besser in die Haut einziehen kann. Trage das Öl direkt auf die betroffenen Stellen auf. Massiere es sanft in die Haut ein, um die Durchblutung zu fördern und die Aufnahme des Öls zu verbessern. Lass das Öl über Nacht einwirken. Am nächsten Morgen kannst du deinen Körper wie gewohnt waschen und deine tägliche Hautpflegeroutine fortsetzen. Und Nummer 3, warum Rizinusöl so wirksam ist Rizinusöl ist nicht nur ein Geheimtipp gegen Altersflecken, sondern auch ein bewährtes Mittel für verschiedene Hautprobleme. Es fördert die Zellerneuerung und kann beschädigte Haut reparieren, was es zu einem natürlichen Hautaufhäller macht. Darüber hinaus enthält es wichtige Nährstoffe wie Vitamin E und Omega-9-Fettsäuren, die die Haut stärken und vor weiteren Schäden schützen. Rizinusöl ist ein wahres Wundermittel, wenn es darum geht, Altersflecken über Nacht zu bekämpfen. Mit seiner tiefen wirksamen und pflegenden Wirkung fördert es die Regeneration der Haut, hält Pigmentflecken auf und schützt die Haut vor weiteren Schäden. Durch die regelmäßige Anwendung kannst du Altersflecken sanft und effektiv reduzieren und das ganz ohne aggressive Chemie. Probiere Rizinusöl aus und erlebe selbst, wie deine Haut wieder strahlender und ebenmäßiger wird. Möchtest du jetzt noch wissen, wie du mit Backpulver Altersflecken entfernen kannst? Dann schau dir unbedingt das Video an, welches wir dir an dieser Stelle verlinken. Klicke direkt drauf!